Ruhe! Ruhe! Asser! Wenn der Österreicher Beamter in der Früh in sein Büro kommt, dann will er seine Ruhe um! Die braucht er! Ruhe! Zieh her von Nummer 12! Sie sind ja nicht in der Oper! Sie sind in einem seriösen Lokal! Hier wird nicht gesungen, hier wird gebrummt! Mal wirst du ruhig sein! Zuerst ein Teuberl, dann ein Schwan, das muss ein Vogelhändler sein! Muss... Guten Morgen! Ah! Das ist mein Schligowitsch! Gut, dass ich daran denke! Sing mit mir, sing mit mir, sing! Nein, ich singe nicht mit dir! Ich habe eine Sprechrolle! Ich habe eine Sprechrolle! Heimäßig! Durch diese hohe Gasse muss er kommen! Der schlug ist. Was? 42 Prozent? Das ist 20 für einen Beamten. Aber ich bin ja nicht so. Ah. Nuss. Mierstunden bleiben. Mierstunden bleiben. Naja. So hat man wenigstens zweimal was davon. So ein Schlugwitz, der machte direkt einen anderen Menschen aus mir. Und warum sollte ein anderer Mensch nicht auch einen Schlugwitz haben? Ich bin ja nicht so. Ich verkommen ja nicht was. Toast. Vergeht's gut. Na? Ist das ein Betriebschimmer? Das ist so fast wie bei der Wiener Philharmoniker. Rinnen. Pardon. Christian. Gnädig. An die Arbeit. Ruhe. Es wird ja meine Fotografie gefunden. Ruhe her, sonst fliegen sie hier raus. Aha. Davon hat Angst, der Sängerknabe. Aber ich wette mit mir um einen Schluwitz. Er fangt wieder zum Singen an, bevor das ich bis dreitzel. Eins. Zwei. Na, der wird mich doch nicht im Stich lassen. Hol mal drei. Drei Viertel, drei. Viertel, ja. Ist gewohnt. 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 Oh nein, es ist eh offen. Bleibs nur sitzen. Wir lassen ja jetzt immer offen, damit sie nicht ansteigen müssen, wenn sie endlich kommen. Die Kärntner. Ja. Ein Viertel ist crazy. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.